Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wir spielen nach langer zeit mit der minecraft und zwar minecraft vanilla 1 16 2 auf meinem ich sag mal kleinen feinen nitrados server ihr seht nur zehn slots ich bin derzeit alleine weil es die erste folge ist ich gehe einfach mal direkt drauf und erzähl was dazu ich war noch nicht auf dem server ich kann euch nur so viel sagen läuft mitten in der nacht der server ist nicht modded es ist ein bucket server sprich ich habe hier ein paar plugins drauf die ich dann noch zeigen werde ich brauche leck mich am hintern ich ja moment ich werde gleich was dazu erzählen so es ist ein bucket server wo ich mit so zwei drei leuten die 1 16 2 version von minecraft bisschen kennen lerne weil bei mir ewigkeiten kein minecraft mehr kam habe ich mir halt gedacht ja gut warum nicht bei den leuten die mitspielen die kennen die version halt auch noch nicht und ja da haben halt einfach mal gesagt wir spielen ich weiß nicht wie viele folgen hier insgesamt entstehen werden ist mir eigentlich gesagt relativ egal denn mir geht es nur darum spaß zu haben mit den leuten und man hört es schon die leaves verschwinden etwas schneller als sonst ich kann ja mal ganz kurz gucken ja plugins da seht ihr es ist drauf der fast love decay plugin redstone mobs spawner wine miner silky spawner und beta end warum beta end moment da fehlten da fehlt ein plugin dann muss ich mal später nachgucken ach stimmt das set home plugin ist noch mit drauf dass wir uns jederzeit zu unserem haus wieder teleportieren können fast love decay deswegen einfach weil es gibt immer mal welche die keine leaves abbauen und deswegen habe ich das plugin mit drauf gehauen set home ist klar was hatte ich jetzt noch drauf weil meiner ist auch klar immer nur dauernd jetzt wenn es ein großes erzvorkommen ist kohle redstone lapis oder sowas das auf dauer einzelne abbauen ist langweilig silky spawner damit wir uns so ein paar mob und tierfarm bauen können denn ich möchte gern dass wir hier ja ein kleines dorf errichten eine beta end gibt wie soll ich sagen sechs biome ins end damit das end ein bisschen aufregender wird und nach dem ender drachen nicht gleich zu ende ist und jetzt muss ich halt mal versuchen hier irgendwie ja raus zu kommen wenn es geht ich höre aber dass es nicht so einfach wird ja da hat man es wieder gehört so ob der wein das wein meiner plugin funktioniert keine ahnung aber die sonne geht wieder auf das ist schon mal sehr nice gehst du weg von mir kleine kackpratze ha ha au apfel meine so ähm genau den wein meiner ach ich muss das ding noch umlegen ähm controls mach mal auf schieß mich tot Komma äh E ach schade der plugin funktioniert nicht müssen wir es doch einzeln abbauen müssen wir es doch einzeln abbauen so erstmal weg von den mobs und hier sieht es recht nice aus und hier sieht es recht nice aus Oh Schäfchen ich brauche eure Wolle hier holen wir uns auch klein noch ein bisschen was hier holen wir uns auch klein noch ein bisschen was hier bleibt stehen so jetzt erstmal gucken wo ich überhaupt baue äh da hinten ist Zuckerrohr da noch mehr Delfine Delfine äh naja gut hier wäre es schon recht nice Direkt am Spawnpunkt warum nicht hmmm Guck mal hier oben da hinten ist ein kleiner Berg ein großer Berg äh tt 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 ich du die brauche erstmal was zu essen ne äh dich lasse ich jetzt erstmal hier stehen ging es doch gerade irgendwo runter, ja Stone Age, ja läuft wie gesagt, in der nächsten Folge ist auf jeden Fall ein Spieler mit dabei in der dritten, vierten Folge wird eventuell noch einer dazukommen, mal schauen und wie es weiter geht ja, da lasse ich mich dann überraschen oh 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 wo war, wo war, da so gleich mal besseres Werkzeug hier machen so, eins, drei, vier also ihr seht, Creeper machen Schaden demnach Endermänner auch und ja, es wird nicht einfach gemacht Schwierigkeitsgrad ist trotzdem weiterhin auf normal ein bisschen Kohle wäre noch gut gewesen Essen, fertig, nice das nehmen wir gleich alles wieder mit so, ihr habt da das Plugin nochmal in Aktion gesehen ich würde gerne da drüben bauen ich würde gerne sagen jetzt ich würde sagen ich würde sagen ich würde sagen Ach stimmt, man muss ja ab sofort länger über Wasser bleiben. Da war ja was, so wie sieht es hier aus, ich kann mich nicht so recht entscheiden. Baue ich jetzt dort, dort oder hier? Das ist jetzt die Frage. Aber am See wäre eigentlich ideal. Ganz kurz lunzen, unter Wasser gibt es nichts. Ach wisst ihr was, wir bauen einfach hier. So, das war ein Satz mit X. So, da sind wir schon mal etwas safe. Ähm, das da rein, das da rein. Ein Bett wollte ich mir noch schnell machen. Und fackeln. Okay. 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 Das. Das. Das, das, das. Das und das. Das dort rein. Blöcke können hier erst einmal mit rein, so und so, ist das hier erst einmal ausgeleuchtet. Ja, hier werde ich auf jeden Fall erst einmal schön bauen, so, jetzt brauche ich noch ganz kurz ein bisschen Holzschild. Okay. Okay. Wenn wir schon mal hier dabei sind. Und das sich hier so schön anbietet mit dem Tierchen. Muku, geh mal da ins Loch rein. Nice. Na, bleibst du. Du bleibst da wo du bist. Alter. Du störrisches Biest. Du bleibst. Du gehst da ins Loch, habe ich gesagt. Geh ins... Na, wirst du... Sag mal. Sag mal. Der Kampf mit der Kuh. Eindeutig. Du gehst da... Na. Komm. Geh zu deinem Artgenossen. Ja, super. Und jetzt ins Loch rein. Na? Ab ins Loch mit dir. Super. Ja, das brenne ich beim nächsten Mal durch. Ähm, das behalte ich jetzt erstmal im Inventar. Ja, dann wars das mit der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn der eine oder andere Lust bekommen hat mitzuspielen und sich an die eine oder andere kleine Regel halten kann, es sind nicht viele, vier oder fünf Stück, kommt auf Discord, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann werden wir sehen, ob ich euch whiteliste oder nicht. Denn nicht jeder wird gewitelistet. Ich muss den Leuten auch vertrauen können. Und ja, hier baut Ike ein 30x30 Gebiet. So, haben wir diese Titte auch geklärt. Ähm, machen wir das mal ganz kurz so. Dann sind wir hier ein bisschen safe. Und ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wo ich dann mit jemand zweiten zusammenspiele. In der dritten Folge oder vierten Folge dann mit jemand dritten. Und ich würde nur sagen, noch so zwei, drei Leute werde ich weitlisten, die Lust bekommen. Und ja, bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.